Ich bin die Lisa und ich komme aus Mainz. Ich bin die Selin und komme auch aus Mainz. Und wir finden es wichtig, dass keine Leute ausgegrenzt werden, egal ob behindert oder andere Hautfarbe oder wie auch immer. Ja, wie vor vielen Jahren die Menschen einfach vergast wurden oder ungerecht behandelt wurden, nur aufgrund ihrer Rasse, Religion oder ihren Wünschen. Weil wir sind alle gleich. Und wir finden es gut, dass es jetzt sowas für die Paralympics gibt und damit einfach sowas gefördert wird. Und sowas muss auch weiter gefördert werden, damit wir einfach das, was damals war, sozusagen wieder gut machen können, was wir den ganzen Menschen angetan haben.